Yo, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Schönen Gruß ans Wing Center Forum. Und yo, wollen wir mal weiter hier, würde ich sagen. Die Scout, Jim Bowie, hat sich in der Nähe von der Nähe von der Nähe von Niflheim-3 gegründet. 15 Minuten vorhin, sie hat eine große Anzahl von Signal-Traffik aus dem Asteroid-Belt, neben Niflheim-3. Die Elektronik-Signatur ist großartig für die Kinne, oder eine große Kilrathi-Kirrathie-Capp-Ship. Aber dann wieder, könnte es ein Ruse von Elektronik-Warfare-Zartok sein. Wir wissen, dass diese Taktik effektiviert wurde gegen Kon-Fed-Forsen in den letzten paar Monaten, vor allem in der Verkaufung der Wellington-Kirrathie. Also, schau dir deine Augen auf das, Piloten. Colonel Walker hat zwei von unseren Longbows und ein Double-Escort von Arrows geschaut. Die Alpha-Wing werden Assassin, Sandman, Ninja, und Thade. Sie gehen nach der Nähe von der Asteroid-Feld in Nav-1 und gehen in, um herauszufinden, die unbekannte Grunde zu finden. Major Ramius von der William Tells wird in der Aufgabe der Operation und wird Bravo-Leader sein. Ich werde eine andere Flugzeuge führen, um eine zweite Region der Aktivität zu finden. Okay. Fliegen Sie zum Rand des Asteroidenfeld bei Nav-1 und fahren Sie mit der Erkundung der unbekannten Quelle fort. Ja, machen wir das doch. Okay. Super. Na dann, auf geht die Reise. Wieder Arrow fliegen. Ziehen wir wieder mal in den Krieg, ja? Weitere geht's. Das ist wirklich schnell. Major, pick up a weak signal. Variante 5-19 Degrees, updating navigational data. Roger that, let's check it out. Follow me. What the hell? Those asteroids are moving. Ghost, they're moving. Die Asteroiden sind umgekehrt, Rocky. Nein, wirklich? Diese Asteroiden sind wie Schmerzen. Ja, sicher sind sie. Ja, können wir mal gespannt sein, was da abgeht. Irgendwas orange auf dem Radar, oder? Die Asteroiden sind umgekehrt. An und für sich. Dürften uns daher jedenfalls nicht unbekannt sein. Hey, watch out! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! What are you doing, man? Check your six! Das war ein Lohn, Jungs. Okay. Okay. Jetzt fliegen wir noch mal hin. Jetzt fliegen wir noch mal hin. Hier, sieht aus wie wir den Jackpot haben. Tja, fliegen wir irgendwie in diese Richtung hier. Dann fliegen wir das Ding hier auch. Oh, da geht jetzt die Post ab. Ich sehe da was Großes. Okay. 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 Wir kommen ein paar Problemchen auf uns zu. Okay. 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 Wir laufen. King. Ja. Wir kommen. Nein, 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 nein. Jetzt wird's dir ungewöhnlich. Nein, 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 nein. Das war super. Oh Von wem kriege ich ihn hier so auf den Sack? Von den hier Na komm Hier ist da was los ey Gibt's ja nicht Gibt's ja nicht Gibt's ja nicht Ja Ab 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 Ah, shit. Seinen Abschluss war ich. Das habe ich mal nie gemacht. Noch mehr von diesen Wecklössern, klasse. Da sind sie. Ich halte das Sauerunschiff rein da. Da ist das Sauerunschiff, oh ja. Alleluia. Alleluia. Die Wecklösserkreise. Sollte die Longbow sich nicht um das Großkampfschiff kümmern, dann muss dem Teil hier folgen. Das ist doch meine Aufgabe, dachte ich, aber gut, das soll's. Schwieriges Unterfangen hier. Mach mich gleich fertig hier, oder was? Gibt's ja nicht. Krass. 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 Na komm, dich haben wir jetzt hier. Na, das kann ja noch was werden, ja? So, der ist hin. Na, hier noch so ein Asteroidflieger hier. So, mit dem ist jetzt auch vorbei. Na, ich seh mein Schießen gar nicht mehr hier. Ja, so kann ich da nicht draufgehen. Keine Ahnung, wie ich das das machen soll, aber schauen wir mal. Guck mal, die Zitrifferkbank, die haben wir schon hier. Sieht nicht so rosig aus, ja? Da sind schon wieder so Asteroidenflieger unterwegs, okay. Aber die Grafik war ganz nett, ne? Verdammte Scheiße. Ja, dann haben wir alles recht gut. Jetzt fahren wir vor einer Wehlinger. Ganz schön, wenn ich die Diener. Wenn du es brauchst, wenn du es brauchst, wenn du es brauchst. aber den hab ich fast so, ab dafür tja, wie soll man das machen hier ein paar Flax zerstören hier drauf ja, das scheint zu funktionieren ein paar Hände Boah. Boah. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Haben da noch ein paar Probleme am Hals. Oh shit. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Oh, dann machen wir mal das Ganze hier beenden. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Okay, aber das machen wir schon. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Das sind etwas längere Missionen hier dann jetzt mal. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Ah, ich wüsste nicht, wo ich hier jetzt so gut drauf schießen könnte, dass das erfruchtet. Gibt's ja Triebwerk oder ähnliches. Nicht so richtig, ne? Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Ja genau, da haut man ein paar Raketen drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh, das Ding geht gleich hoch. Sollte es zumindest. Ja, schon ganz schön down, das sagt er, ja, longbows. Oh, 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 wieder mutig, bleib nah dran. Mega Riesenexplosion hier. Ja, da hat es das Teil zerstört. Da haben wir es wohl geschafft, ja. Junge, junge, junge. Auf der Hose, oh. Oh, locker eine halbe Stunde hier. Das kann dauern mit dem Rennen landern. Aber na gut, was soll's. Ja, das ist das. Major Ramius hat uns in seinen Augen und ein guter Job gemacht. Ich wusste nie, dass die Kilrathi etwas wie ein Asperiod ausführen würde, um wie ein Krieger zu sein. Ich habe andere Dinge gesehen. Ich muss auch sagen, dass eine Radar-Base, die Torgo seit Wochen terrorisiert hat, war ein großer Stab... Gut, gut. Das machen wir dann beim nächsten Mal, möchte ich meinen. Dann retten Sie die Kini unter allen Umständen. Jo. Alles klar, dann bis dann.